Reibungskräfte können sehr nützlich sein. Ohne Reibung würde der Autoreifen am Boden durchdrehen. Man könnte auch nicht laufen, wenn zwischen Boden und Schuh keine Reibungskraft existieren würde. Im Winter bei Glatteis ist die Reibungskraft viel geringer. Versucht man auf einer Eisplatte loszufahren oder loszugehen, rutscht man durch. Genau dasselbe würde passieren, wenn es keine Reibungskraft geben würde. Die Reibungskraft wird auch genutzt, um ein Auto zu bremsen. Tritt man auf das Bremspedal, so reibt er durch der Bremsklotz an der Bremsscheibe, die mit dem Reifen verbunden ist, und das Auto wird langsamer. Bei langen Bremsvorgängen werden die Bremsen ziemlich heiß. Diese Wärme ist ein Nebenprodukt bei Reibungsvorgängen. Deswegen reiben wir uns im Winter auch die Hände, wenn uns kalt ist. Durch die Reibung zwischen unseren Handflächen erzeugen wir Wärme. Zur selben Zeit ist die Reibung manchmal störend. Möchte man ein schweres Möbelstück verschieben, so müsste man sich ohne Reibung viel weniger anstrengen. Auch im Automotor möchte man die Reibung so gering als möglich halten. Motor und Getriebeöl sollen dort für einen möglichst reibungsfreien Betrieb des Motors sorgen. Reibung stört auch bei den meisten Maschinen, da sie Energieverluste verursacht.